Großen Vorteil, sie bildet alle Möglichkeiten, mit allem, wie man tanzen kann, entspannt, man kann schmussen, in der Richtig absetzen. Das Faszinierendste ist, egal wie wir Songs du vom Kind spielst, es kommt immer jemand danach und sagt, mein Lieblingsong war nicht dabei. Wir werden jetzt von ziemlich einigen Melodien spielen, erhöhen damit das, um Wahrscheinlichkeit, alle abzufassen. Der erste Song ist ein bisschen glücklich. Good Love, Ciao! Ganz wichtig dabei ist, sich nicht so hektisch zu bewegen. Wenn du mit dem Geländer aufstützen, ist das auch schwierig, weil das Metall hitzt sich auf, dann überträgt sich über den Unterarm. Du stehst da und auf einmal läufst du heiß. Aber das ist nicht so ein Kaufenbild. Da denkt es ja an, das ist ja nicht viel unbefällig. Ich habe kurz ein Kabel und ein Mikrofon, dann geht es los. Ich habe kurz ein Kabel und ein Kabel und ein Kabel. Ich habe kurz ein Kabel und ein Kabel und ein Kabel. Ich will, my lady, the good love child, oh, oh, you sweet love, oh, the good love child, they hang it up in my heart, oh, do it, 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 do it. Do it, 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 do